Finger ist eigentlich besser, weil dann weißt du ja, wo du landest. Und dann tastest du dich so vor bis zu der halben Aprikose. Ja, toll. Und da drückst du drauf, wie auf den Knopf. Und dann, was macht der Mann dann in der Regel? Dann macht der, uh. Und dann weißt du, ich bin an der richtigen Stelle gelandet. Ladylike, die Podcastshow, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.